Kann ich DJ nennen? Ja, kann ich. Sehr gut. Lol, wie das aussieht. Hä? Du musst irgendwie an den Nied reinkommen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Falldown. Gemeinsam mit dem Basti. Hoi. Und der Denise. Ah, hallo. Die leckt ein bisschen, also nicht wundern. Ja, so hin und wieder. Ja, und wieso sich manche wundern? Ich hatte ja in diesen Beta-Videos, die ihr ja vorher gemacht habt, da gab es ja fünf Folgen von, irgendwie schon 1500 Power oder sowas. Es wird mir alles abgezogen, weil jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiel, stützt der Server ab und alles ist weg. Keine Ahnung, wieso das immer bei mir passiert, aber kann man nichts machen. Basti hat mittlerweile sogar mehr als ich. Ich habe 1100 Power. Ja. Nur kann ich gerade nicht aufnehmen, weil sich mein Minecraft schließt, wenn ich Raps Aufnahme-Knopf drücke. Das ist sehr scheiße. Oh. Ja. Das ist True Story Bro. Oh. Gut formuliert. Ja, keine Ahnung, ich wollte dir was blödes sagen. Wie viel soll ich halt krieg? Du legst. Ja, das ist normal, wie gesagt. Ich habe ein Diaschwert, ich habe einen Bogen, ich habe Verzauberungsgezimmern. Will jemand irgendwie ein Eisenschwert oder Eisenrüstung oder so? Oh, die neue Map ist es. Nein, brauche ich eigentlich nicht. Das ist Green Alps, oder? Oder nein, nicht Green Alps. Green Woods. Green Woods heißt die. Ja. Oh, Hardcore Mode. Und jetzt schon? Hä? Ja, das kann man jederzeit schon aktivieren. Wieso geht diese Item Combination nicht? Das finde ich nicht gut. Äh, was machen wir mit einer Bandage? Äh, der Hardcore Mode wurde eingeschaltet und das ist ein Event. Und wenn dich jemand schlagt, dann kann es sein, dass du blutest. Das siehst du unten links eben. Äh! Okay. Und jetzt hat jemand noch Evil Chicken gemacht, oder? Ja, keine Ahnung, was das ist. Nett. Stop it. Äh, ist es bei euch immer noch? Ja. Bei mir auch. Auf jeden Fall siehst du da unten deine Blutanzeige, wie gesagt. 100%. Wenn dich jemand schlägt, kann es sein, dass du blutest und dann musst du eine Bandage benutzen. Okay. Der größte Schrott dieses Events. Ja, ich kann mir eine Wolf-Armee machen, geil. Wolf-Armee ist echt das Beste. Davon hatte ich vorher in der Runde neun Stück. Ich hab sechs. Oh, hier ist ein Schaf. Ähm, wenn ich die jetzt schon mach, bleiben die dann bis zum Ende da schon? Nein, nein, die musst du auf Spieler werfen. Und die sind dann, also die Spieler, also die sind dann aggressiv auf die Spieler. Achso. Ich hab auch gechained. Der hat die Thorns. Ich dachte, der ist ein unsichtbarer. Und Kaboom. 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 Oh, da ist was die. Ich mach hier grad mit, äh, Ding. Pass auf, ich chained ihn auch. Ja, ich hab auch chained. Oh, nee, ey. Will dieses Teil ja jetzt... Oh, hässliches Wiesel oder was das auch immer das ist. Ah, jetzt muss ich recken. Recken, 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 recken. Ich hab den Typ da noch gechained. Oh, das ist noch einer. Oh, nein. Oh, Wulfarming. Oh, nein. Oh, Wulfarming. Oh, nein. Oh, nein, deine Wölfe greift mich an. Wölfe. Wow. Ey, die Hot Rods sind der perfekte Counter zu den Wölfen. Wo ist der Typ? Da hinten im Wasser ist noch einer. Ah, ja. Ich seh ihn. Ah, und hier. Scheiße. Der, der untergetaucht ist, der ist schon low. Okay. Ähm, wenn ich einmal Blut verloren hab, wird das dann immer weniger, oder? Ja, du blutest dann halt immer weiter, bis du dich bandagierst. Ach so. Getroffen. Einfach rechtskrieg mit der Bandage. Betroffen. Was bei mir gerade irgendwie nicht funktioniert hat, aber egal. Sollte eigentlich gehen. Mal raus von unten, ist der Spinner. Stammt, Mann. Warte, warte, warte. Ich geh raus. Wow. Ich hab ihn viermal, fünfmal, sechs, sieben. Und stirbt denn da? Ja, das stirbt von mir. Nein. Ja, der hat ne Zier, was hier? Ich hätte trotzdem schon zehnmal mit nem Ports. Ja, vielleicht hätte er die verzaubert. Pass auf. Von der Seite. Ja, der mit den Wölfen. Der ist toll. Guck, der Typ ist schon voll der Kaktus. Schleich mich von hinten an. Ich bin schon wieder getroffen. Ja, jetzt taucht er wieder an. Kommt der andere zu mir. Woll ich mir dann hin. Oh. Hey, du hast zwei getötet denn so noch? Was hast du gerade benutzt? Hä? Mein Schwert. Da kamen so Blitze. Hast du irgendwie Lightning? Ähm, nö, ich hab nur Schärf und Rückstoß. Loll. Interessant. Einen gibt's noch. Ja, den holen wir uns noch. Hast du das mit dem Tab? Ja, wo ist die? Ich finde das voll geil gemacht. Mit Tab, dass man das Server 5 und das so weiter sieht. Ja. Ja, wo ist der Typ? Übrigens, ist das hier auf der Map schon gefixt worden, Basti? Du musst es ja wissen. Wenn man hier einen Ninja-Teil benutzt. Äh, ich weiß es nicht. Probier's mal aus. Warte, vorne ist der. Wo? Wo? Da hinten hab ich den kurz gesehen. Ah ja, da ist er. Ah ja, da steht er. Einer geht frontal drauf. Warte, ich chaine den und dann baller ich den 10en. Rots. Okay. Darf ich Wölfe werfen? Nee, oder? Ja, warte. Warte, bis ich meine Rots troff. Bleib stehen. Oh, dass er uns trifft. Wuhuuu. Oh, der hat gesessen. Denk ich mir noch. Achtung, geht in Deckung. Geo-Guides, die Minions. Achtung, weg, 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 weg. Ist alles klar, der ist tot. Ah, gut. Aber du wirst einen Kill bekommen, Basti. Ne. Oh, okay. Ja gut, wir machen was, Basti. Battlen wir uns? Ja. Und der Gewinner gibt es. Ja. Ich bin ja. Der Gewinner darf gegen den besten spielen. Wuhuu. Oha, du hast noch items. Naja. Aber so im Bow Battle, da habe ich keine Chance gegen. Oh, getroffen. Ich treffe gerade gar nichts. Ich bin voll schlecht. Woah. Nein, was war das? Chainer. Fuck, 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 fuck. Nein, es ist vorbei, es ist vorbei. Scheiße. Ja, es ist vorbei. Das war zu viel. Okay. Ebenwandaschieren. Bereits? Jo. Ja. Oha. Ja genau. Jawohl eine Wolls Ami. Eine? ja ich muss hinter dir man aber ich habe noch nicht ich bin weit weg die teil ab und treffen mich naja ich würde sagen die runde hängen wir noch dran ja dann ist gleich wieder zweiter und wieder mit den selben leuten wie gerade eben also den diesen pass ich habe das hässliche hardcore item das hört sich nicht ein hardcore ist danke ja weil ich das auch nicht mag ich weiß es geht mal sowas von auf den keks mein hund macht voll die merkwürdigen geräusche ja es hört sich an das war dein hund ach so nein das war wasti ja ja du bist auch ein hund wasti ich hab nur kack items auch noch eine dhs platz ich bin eigentlich nicht glücklich ich bin gar nicht glücklich ich bin gar nicht glücklich ehrlich ich bin gar nicht glücklich ja ich glaube ich setze ich einfach mal hardcore ein die kriegsscheiße hardcore ne heißen nicht hat jemand mir was zu craften zu geben äh ja ich kann dir was abgeben ah ok ich charme erstmal oh ich hab einen perfekten bogen oh ich lass es jetzt einfach wow ein healing cake kommst du mit denis dann gebe ich dir was ab äh ja ey diese spacken die im kulturen stehen und meine items einsammeln ohne mich ich weiß warte dass ich auf die andere seite gehen nicht auf dem kulturen ich glaub hier links ist sogar auch noch einer drin jo tatsache äh wenn du ne hundearmee kriegst dann moment eine sache soll ich alles craft und dir was abgeben ja mach so moment eigentlich auch goldäpfel noch mal in schaden so hast du pfeile oder irgendwas habe ich hast du noch einen helm ja 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 guck ok ok passt warte ich versuche jetzt meine goldäpfel zu entschauen denis hackt bei mir die fliegt was doch du fliegst jetzt nicht mehr vielleicht wird sie lackt aber passt die schon wieder rein das war nicht ich das war ehrlich ne ist es wieder so ein hardcore modus ding ja ok ok die pfeile werden schon wieder benutzt jawoll eingekillt oh ne die zombies greifen oder ja töte mich ach das bist du sorry was die braucht etwas lang wow von hin lol er ist uns nicht kam ich hab mich noch geheal ich hab einen top seht man wo er hingeht ja ich schiesse gerade vielleicht treffe ich ihn ein brennder 10 weinen 10 weinen 10 weinen wir müssen nicht bald wieder auf nein da war noch ein anderer typ ich weiß jetzt wo der hingelaufen ist irgendwo in die richtung auch den hab ich zuerst verfolgt aber dann ist der abgehauen da hinten im eck ganz hinten ja oder seid ihr das ne hier ist er wo da 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 das heißt wo bist du ja jawoll sind wir jetzt ok noch einer da der unsichtbar ist aber wo da da wo die blitze herkommen ähm ich hab ein hardcore ding eingesammelt soll ich das benutzen oder nein ok ist eh schon an da war der da hinten ist der irgendwo noch ja da hin da hin schnell er läuft wie lange ist er unsichtbar ja die diamanten machen für 30 sekunden unsichtbar glaube ich da er ist sichtbar ja ich hol mir den ja darf ein coxie wenigstens werfen wird er vergiftet so dann vergift ich ihn ach jetzt habt ihr mich weg alles zusammen yay hey ich hab den kill gekriegt wow machen wir wieder basti duell hey hey du ferner gehst als erstes auf mich räcken 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 aber doch jetzt schon hehehe ohne schaden zu bekommen ohne schaden zu bekommen meine pfeile werden wieder geblockt neee ich krieg alles ab dann wärst du schon tot wenn du alles abgekratiert ist ach jetzt ja gut ich denke das war's dann danke fürs zuschauen auf jeden fall und danke fürs mitmachen jetzt und ich hab jetzt wieder 745 power also wenn der service nächstes mal abschmiert hab ich wieder null ja dann bis zum nächsten mal ciao